WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, ja, sie haben hier noch mal ein Rasiermann hier, wie an der Kampfs in der Kampfsplatz. Na, so kommt, dass hier alles schon nach angetreten und dann hier das Oslo hier noch mal vorbeizug und nochmal ein Schaden. Ja, bis vielleicht ganz schön einen Grundabunden der Abs커 und dann hier jede Sondale an. Die Flügel ist in der Nähe von der Flügel. Da sind nicht viele, ich habe drüber gehüpft. Komm jetzt, zwei. Jawoll, die Hälfte haben wir erledigt. Auf geht's, weiter bei hier des Stammerfeldes. Das haben wir sehr, sehr gut gesucht. Und wir schauen mal sehr, sehr gut an. So, gut und danke, fünf, zehn Sekunden. Der V2 9, muss man so schön sagen, auf geht's. Und Freunde, hatte, dreht da in jedem Moment die Karte los. Da ist es soweit, fünf Sekunden Richtung Start. Und jetzt, die Karte, dreht sich das Sucht an, da haben wir uns auch. Ah, man kann's noch mal. Die Karte, man kann sich das hier auch sehen. Jetzt kommt aber noch ein Fernseher, nach hinten rein. Der Karte, der durchsetzen. Diesmal, die Führung und Position. Nicht erkennt, aber ich glaube, wir haben 100 Sekunden. Ich habe hier auf jeden Fall 200,000, 30 Minuten plus 200 Minuten. In Aktionsstrichen, hier sind wir wieder über 11 Minuten. ...weiter die Lüge, also dann noch wieder ... ...wurzeln auf 21.30 Uhr der Reifahrt. ...ehm ... ...ehm ... ...ehm ... ...ehm ... ...ehm ... ... ... Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017